Hallo und herzlich willkommen bei, was? Ah, da, 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 da. Äh, 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 Dead Realm. Oder so, ne? Ja, du hast ja erkannt. Ja, ne? Dead Realm. Wir wissen noch nicht genau, äh, ich will nicht jetzt sehen. Was? Wir wissen noch nicht genau, bin ich jetzt bereit oder bin ich nicht bereit? Das Spiel ist ganz komisch. Das hat so viele Bugs eigentlich. Nein, das sind Features. Achso, das sind so viele Features. Wir haben noch gar keine Bugs, was geht mit dir? Hä? Die ganze Übersetzung ist ein einziger Bug. Das ist Google Translator. Spiel mal HomeStreetHome, ist genau so. Ja, ja, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, ich bin... Was kommt rum? Nackt, ich bin ein Bach. Was? Ein Bach? Ein Bach. Was? Bach. Ach so. Ach so. Ich glaube, ich habe das falsch geschrieben. Das ist so doof. Okay, dann... Ja, ähm... Also, Dead Realm ist quasi so ein Spiel, einer ist wieder der Geist. Vier müssen überleben, nein, drei müssen überleben. Und wir sind uns noch nicht sicher. Wir haben es einfach mal gerade getestet. Eine Runde hat vier Minuten gedauert. Ich weiß, der Curry bastelt da gerade ein bisschen rum. Ja, lass mal anfangen. Wir haben das Spiel nämlich komplett ausgelassen. Das ist schon ein bisschen älter jetzt. Wir spielen es gerade das erste Mal. Aber das heißt sogar... Das ist so alt schon, dass es gar keine Sau mehr spielt eigentlich. Ja, eben. Oh mein Gott, das ist so gruselig. Wir sind der einzige Server. Wir sind echt der einzige Server. So ein bisschen wie bei Ben & Ed, ne? Wir haben halt eine ganz kleine Testrunde gemacht. Und ich muss sagen, es ist jetzt nicht schlecht eigentlich. Es ist schon cool. Also zumindest in Europa sind wir der einzige Server hier. Also ich werde noch nicht ganz schön aus. Es wird auf jeden Fall... Was heißt das für eine abgeschnittene Grafik unten rechts eigentlich? Oh, ich bin jetzt ein Mensch. Okay, ich... Du bist ein Mensch, überlebe, bis die Zeit ablautsche. Das ist ja nicht so schwer, du. Was habe ich denn für Fähigkeiten? Mit R ein Kraftfeld? Ja, aber warum sieht das Spiel so komisch aus? Das sah noch nie so... Das sah vorher nie so scheiße aus. Ich sag so, die haben da ordentlich was geändert. Also als wir das damals das erste Mal gespielt hatten, sah das echt anders aus. Ja, das sah nicht so schlecht aus. Also ich spiele auf Ultra-Grafikeinstellungen. Ja, eben. Ich auch. Und das war so N64-Spiel irgendwie. Ja, eben. Was an sich jetzt nicht schlecht ist, aber... Kann ich jemanden boxen hier? Geht das? Was können wir hier machen? Ja, Curry. Hä? Was ist das mit dir? Warum so aggressiv? Ich bin auf Tobi. Guck mal, ich bin auf Tobi. Ey, Tobi, komm mal her. Drück mal den Knopf hier mit mir. Hier, guck mal. Curry, komm, komm. Oh man, ich bin der Geist. Lass mich nicht auf dem Vor. Oh ja, stimmt. Wir haben keine Zeit. Werden euch töten, weil ihr ohne mich Spaß habt. Endlich. Hä? Wo sind wir das? Ah! Loll! Tobi! Ciao. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich hab doch gerade erst angefangen. Ciao. Was? Ich bring dich um. Ah, das war eine Sexpuppe. Alter Tobi, was? Was bist du? Hä, wieso bin ich so klein? Das hat der für eine Orgel da. Ich bin jetzt ein kleiner... Deine Pampers ist voll. Da kommt ein Kacke damit aus. Was? Ein Mensch ist in der Nähe. Wo versteckt er sich, der Mensch? Komm raus, Mensch. Ich rieche dich. Ich rieche dich, Mensch. Mensch, du bist tot. Nein, du bist mit einem Sexpuppe. Ich hab dich gerade verschlungen, was war die Scheiße? Es war schon nicht heiß, es ist ein theye Alter, was ist hier denn los? Oh, was ist hier los? Hilfe! Was ist dieses Radio? Cool, Party! Nein, nicht laws gehen Ein Mensch macht böse Dinge Ich verschläge Wo bin ich denn jetzt? Achso, ich kann der auch wachen Hey! Oh, alter! War das da los, Tobi? Was ist da los, Tobi? Mach's dir keine Scheiße, Leute. Das ist echt schön. Oh, ein Mensch am Buffet. Wie küsst die ich? Schauf damit, Mann! Hey, Pan! Oh, zweiwilliges Hecksklafen. Du hast mit den Pampers an. Du darfst sowas nicht sagen, Mann. Ja, meine Pampers hab ja einen kleinen Schnee-Wurz. Wo ist denn der kleine Pampers? Okay, ich geh mal suchen, Moment. Nein, den wollte ich gar nicht suchen. Curry? Curry? Ich will deine fetten Männertitten aneinander klatschen, Curry! Hey! Drück mal R! Drück mal R, Dude! Du! Ronk! Warte! 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 Worauf? Achso. Ich drücke R und was macht das? Du bist unsichtbar. Ich bin nicht unsichtbar! Ich bin nicht unsichtbar! Mist! Ah! Ah! Hilfe! Curry, Curry! Curry, komm her! Curry! Hör auf damit, hör auf damit! Nein! Curry! Curry! Ah! Curry, nein! Was machst du? Was machst du? Curry, bleib stehen! Nein, nein! Geh weg, geh weg! Ich bin zu langsam! Geh weg! Geh weg, bitte! Geh weg! Curry! Ah! Ah! Oh mein Gott! Hä, wieso kriegt man das nicht? Wieso kann man das nicht verschlingen? Ah! Alter, ich hab mich so erschrocken gerade! Ohne Witz, ey! Nochmal, nochmal! Der kleine, der kleine Pädobädie, Alter! Leck dich mal auf den Türchen, Jenschen! Wie viel dürfen wir denn hier mitmachen? Wirklich nur eins von vier? Wär irgendwie cooler, wenns noch mehr wären, so ne Achterlobby! Hä, wieso bin ich schmierter der Geist? Hä? Ich will doch nur ein Mensch! Oh, guck mal, schönes Bild! Wie sie fahren, guck mal! Ja, stimmt! Jeden Morgen, wenn ich aufstehe! Oder nach der Aufnahme von HBSQ Curry! Was? Oder wenn Curry immer wieder zum FIFA aufnehmen darf! Guck mal, hier hat jemand ne Schädel gekackt in der Toilette! Ist ja krass! Ja, der hat ein bisschen was verschlossen! Oh, guck mal, neppes Baby, oder? Ja, dann lass mal zusammenbleiben, Tobi! Warte mal! Ja, wohin? Das, das Platschen übrigens, das ist seins! Das ist seine, sein Geräusch! Das Klatschen? Das Klatschen von deinen Füßchen! Da sind gar nicht meine Füßchen! Da sind meine dicken Hosen! Die oberchen Klatschen! Wie ist der, wer hier jetzt kommt? Wie ist der, wer hier jetzt kommt? Ich wills gar nicht wissen! Die Klatsche! Geh bloß weg, Alter! Was macht's? Hä? Pan? Achso! Das ist so lustig! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute, geht da weg! Geht da weg! Oh, 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 oh! Boah, oh, oh! Boah, ah! Ich bin runter! Soglas geht! Die Steuerung ist aber noch ein bisschen maniu-mcing! Guck mal, wie der da in seiner Folge schissene Pampers rumrennt! Gary, dann komm ich gleich. Mein Nioh. Wenn der hinterher läuft. Geh weg! Geh! Das ist so länger! Das hält nicht so lange. Entschuldigung. Was ist denn hier los? Erik, ich stehe immer noch da oben. Was mach ich hier denn da? Pizepatz Joby! Da geht er voll in der Rolle auf, ey. Warte. Höh! Oh Mann! Oh mein Gott! Oh ein kleines Wichsvieh, Alter! Ja, bitte Patsche! Kann ich deine Füße machen, bitte Patsche! Wo kommst du denn auf einmal weg? Ähm, nein! Oh mein Gott! 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 Hilfe! Hä, wie kommst du da rein? Wieso komm ich da nicht rein? Wo ist der? Ja! Ja! Höh! Ich hasse das! Warum muss ich immer der Letzte sein? Hm? Wie ist er denn hier rum? Alkan! Hallo? Oh! Der Curry! Der Curry ist im Keller! Curry! Bin ich im Keller? Curry! Ich werde dich verschlingen mit meinem kleinen Gnomenmund! Was? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Sag mal Curry, was machst du denn da? Geh weg! Geh weg! Oh mein Gott! Ich schieb die Panma da rein! Ja schieb dich mal! Schieb dich mal! Schieb dich mal! Schieb dich mal von hinten! Aber wieso geht denn da? Curry! 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 Komm her! Curry! Blicke Blattchen! Was? Blicke Blattchen Curry! Dreckiges Schwein! Ey, ich bitte! Leute! Wir können doch über alles reden! Komm! Ich kann euch was anbieten, ja? Was denn? Ich hab Kakao! Ah! Ah! Der hat sich unsichtbar gemacht! Der hat sich unsichtbar gemacht! Aber wie kommt man denn da runter? Ich hab jetzt ne Minute! Ich bleib jetzt einfach hier! Hä? Wie hast du das gemacht? Hä? Wie kommt man denn da rein? Hä? Alter! Du alter fucking Buck-User! Haha! Guck mal! Wie hast du deine Baby da rein? Ah! Ah! Curry! Okay! Lass mich raus! Dann komm ich raus! Komm ich schieb dich mal an! Schieb mich! Ich komm grad! Ich wollte vorhin raus! Ich glaube du hast ne Voice-Chat an! Kann das? Ja! Oh ja ja! Entschuldigung! Wie eklig das auch! Ne! Tobi lass dich mal raus! Versuch auszukommen! Okay! Okay! Ah! Jawoll! Du bist so ein Wichser! Ey! Du bist so ein Arschloch! So ein Arschloch! Ey! Was hast du mit deinem Mund? Ja! Ist geil! Ja! Ist geil! Der Curry ist derjenige der noch andere Geister hat! Ich würd sagen können wir nicht mal ne Runde machen wo du Geist bist? Oh ich bin der Geist! Ja ja! Curry ist jetzt der Geist! Aber ich glaube ich habe auch das Baby oder? Ne hab ich gar nicht! Ne hab ich gar nicht! Ne hab ich gar nicht! Hehehehe! Hallo! Was machen denn diese kurzen Schalter eigentlich? Ja toll! Die Runde geht jetzt nur zwei Sekunden raus! Hä? Warum? Warum? Ich hole meine große Rute raus! Ah ne! Er startet jetzt! Ich hole meine Rute raus! Ich habe ihn unten gesehen! Er sieht furchtbar aus! Und ich glaube er hat... Ja! Ich bin wunderschön! Hahahaha! 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 Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Wieso bin ich eingelaufen? Fuck bin ich eingelaufen! Daddy will spielen! Hundelulu! 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 Warum bin ich eingelaufen? Warum tue ich sowas? Hundelulu! Daddy möchte spielen! Hahahaha! Hundelulu! 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 Nein! Nein, Curry! Du bleibst hier! Ich würd' über dein Maul hälscht. Komm schon! Nein! Vielleicht machen wir auch noch mal aus. Du bist so hässlich, Alter! Ja, danke, Tobi! Danke für das Kompliment! Hier ist einer! Oh, scheiße! Hallo, Freunde! Nein, keine Freundschaft! Ich will keine Freundschaft! Ich muss ganz dringend kacken! Klo ist im zweiten! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Hallo, hallo! Okay, dann laufe... Alter! Ah! Ey, Pam! Bleib mal stehen! Ja, Alter! Geh zurück, Mann! Du bist hinter mir hergeschlichen die ganze Zeit, ne? Du kleiner, dreckiger! Nein! Ey, Pam! Bleib mal stehen, bitte! Wir müssen echt dringend reden, Pam! Oh, dich sehr! Oh, ich rieche Pam! Komm mit, Menschen! Komm mit! Wir Sklaven der Unterwelt! Wah! Sklaven der Unterwelt! Sklaven der Unterwelt! Ja, Moin! Ich hätte großen Big Mac bitte gerne! Ne! Ne, Pam! Ne, Pam! 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 Hm! Kleine Pansinchen! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wer ist hier denn hinten, hä? Wieso sehe ich eigentlich noch schwarz-weiß Curry? Was ist das hier für ein komisches Vieh? Tobi, da ist keiner! Geh zurück! Okay, okay, okay! So, was seid ihr du? Man hat mich voll gesehen, ne? Man hat mich voll gesehen! Wir wollten es ein bisschen spannender machen! Aber man hat nichts gesehen! Okay, das ist echt schwierig, aber dann... Also ich sag mal, als Mensch hat man es echt nicht so leicht irgendwie! Also Mensch, hast eigentlich fast keine Chance, oder? Es ist echt ein bisschen, äh... Der Tobi weiß nicht am besten, doch! Also außer bei Bug-Using natürlich wäre der Treppe klar! Oh, ich bin wieder Monster! Das ist fast wie... Das war eigentlich der 13. irgendwie. Du hast fast keine Chance als Überlebender! Ui! Bleib ruhig! Alter Maul! Komm in meinen Armen! Ich hab Muttermilch! Warte, bitte was? Komm in meinen Armen? Was ist bei dir denn verkehrt? Hör mal, ich hab Milkshake! Boah, Milkshake wär jetzt voll geil! Ja, Mann! Oh, Tobi! Oder Krautsalant und Chicken Wings von KC, Alter! Krautsalant! Davon kriegt man immer einen Durchfall, aber... Das... Alle fünf Jahre kann man sich da drangehören! Ich krieg von KC nie Durchfall! Boah, bei mir reagiert alles einfach da drauf! Ich krieg ein... Ich krieg ein Brech-Durchfall! Oh geil! Nein! Das ist schön! Du warst Zeit zu sterben! Nein, Curry! War ich jetzt eigentlich auch das Baby? Hm? War ich eigentlich auch das Baby jetzt? Nee, du warst so ein komisches anderes hässliches Vieh! Oh ja, Tobi! Hehehehe! Ich hab' man dekoriert! Hehehehe! 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 Ähm... Was hab' ich da gehört? Jetzt gucken wir hier noch ein bisschen weiter nach oben rein! Mhm! Oh, wer ist der Richtige? Hehehehe! Hä? Was bleibt noch hier drin? Willkommen in der Unterwelt! Meeeeh! Ich sage nichts, aber kennst du nicht, wie der Richtige ist? Hehehehe! 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 Da ist ein ganz billiger Trick! Da ist ein ganz billiger Trick! Hehehehe! Hauptsache, die anderen überleben! Lass mich raus! Oh, du musstest ja jetzt auch töten. Lass mich raus! Komm doch mal her, ich habe Brot für dich. Ich will meinen Anwalt brechen! Ja! Was war das denn? Was war das denn? Häh? Im Kraftfeld? Im Kraftfeld استigert? Du Dreckigen! Tschüss. Hä, ich komm hier, ich komm gar nicht weg. Hallo? Ich bin in irgendeinem Gerät gefangen, ich komm hier gar nicht weg. Ah, jetzt geht's. Curry, lass mich mal raus jetzt. Hä, kannst du nicht aufmachen von innen? Nee. Lass dich, wie? Du kannst, aber man kann ja nicht spoilern, wo die anderen sind. Warte, 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 ich teste mal ganz kurz Curry, warte. Ja, ja, nicht spoilern, wo die anderen sind, als Geist. Nee, nee, ist doch ja, geht ja nicht. Hä? Nö, ich kann nicht, ich kann, ich kann das nicht öffnen von innen. Aber es ist doch auf. Ja, 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 nee. Ja, 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 nee. Wieso hat man oben eigentlich eine Batterie? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich rieche euch, ich rieche den Fuß, den du abgelassen hast, Tobi. Wer lebt denn noch? Ich rieche ihn immer. Oh, Sauerkraut, ja. Hä? Oh Mann, ey, das ist doch kein Problem. Eigentlich sollte man einen doch gar nicht sehen. Verdammt nochmal. Ja, das ist halt, du musst dich halt bewegen, ne? Das ist halt diese Kraft. Aber ich dachte, man kann sich ja auch verstecken. Da steht irgendwas von verstecken in der Scheiße. Ja, vielleicht können wir ja mal, ja, aber wir können ja vielleicht mal den Modus Verstecken ausprobieren. Achso, es gibt einen Modus Verstecken, also. Achso, ja, ja. Ähm. Wo ist die andere Drecksau? Wo ist sie? Ja, irgendwo hier auf jeden Fall. Ich rieche sie doch. Ich rieche sie doch. Irgendwo hier ist ein Menschen. Tobi. Hi! Hahahaha. Hahahaha. Alles klar. Luftangriff. Hahahaha. Jetzt weiß ich, warum wir das schon damals nicht weitergespielt haben, weil es eigentlich total sinnlos ist. Hahahaha. Aber Tobi, der Mund ist schön. Ja, ich bin so ein... Ich fand das damals irgendwie sinnvoller. Weiß ich nicht. Soll wir mal kurz einen anderen Modus ausprobieren noch? Fix? Ja, ja klar. Äh, ja, können wir machen. Oh, ich bin schon der Geist, na wie überraschend. Oh, wie sind da wohl? Können wir denn, können wir denn irgendwie stoppen? Ja, bestimmt, ne? Weiß ich nicht. Ich kann nur weiterspielen. Weiterspielen! Ja, ich seh's auch. Ih, guck mal! Ih, Ih, Curry! Was denn? Was denn? Hä, ist ja mit der Erde los. Warte mal, das kann ich auch. Warte mal, kann ich nicht hier folgendes machen? Warte mal. Die hat zwei Köpfe. Ehh. Hahahaha. Das ist ja voll cool. Mann, geh aufs Klavier, geh aufs Klavier, komm! Ok. Ok, warte. Manno! Und? Warte, äh... Jetzt spring einmal in die Luft und mach noch einen. Hahahaha. Warte, warte. Warte, 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 warte. Du willst ja oben drauf. Mein Leben als Geist scheint mir sehr einsam zu sein gerade. Oh. Du wirst es nicht glauben, wenn du, du musst es dafür sehen. Ja, will ich ja. Kick bitte drauf. Ich, ich will es ja sehen, aber... Hahahaha. 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 Wir sind Akrobaten. Hahahaha. Hahahaha. Voll schön. Das sieht voll schön aus. Akro? Akrobaten? Komm, wir verstecken uns und wenn er das sieht, dann lacht er sich bestimmt schlappen. Ja! Oh nein! Ich warte so lange, ich warte so lange. Hä, guck mal, die schweben in der Luft. Ich stehe mich da schon da. Nein, die dürfen nicht weggehen. Du musst jetzt hier reinkommen, Erik. Jetzt, schnell! Schnell, komm! Guck mal! Na, guck mal, guck mal! War das satt? Tschüss! Komm, nicht jeder weg! Oh nein! Halt da! Nein! Tschüss! Mh, Frau! Mh! 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 Das kleine Sex-Baby von dem Mann. Mh! Ich vermisse dich! Hahahaha! Oh, ey! Lauf! Hä, ich kann dich nicht verschlingen? Warum kann ich dich nicht verschlingen? Tobi, lauf! Hahaha! Hahaha! Geil! Eat my cock, Widow! Bitte was? Mh! Genau, ja, ich will dich doch tun, Tobi! Geh weg, bitte! Lauf in die Bläse! Komm! Sag mir dein Pimmchen! Ähm, Pan? Ja? Äh, ciao! Pan! Was? Was? Pan! Ja? Nein! Oh! 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 Krass, krass, krass! Heftigste! Das war ich! Ey, du bist so ein Wichser, ey Tobi! Was? Oh! Oh! Ach so! Geil! Ja! Du bist so erfolgreich! Ich weiß nicht, warte mal, was ist bei Verstecken? Ich guck mal gerade! Okay! Verstecken! Fluch! Ähm, Geist! Finde und verschlinge alle Menschen vor Ablauf der Zeit! Du bist stets unsichtbar, außer wenn du gerade jemanden verschlingst! Hä? Sprinten kostet keine Energie! Suche in allen Ecken! Die Menschen können überall sein! Menschen! Überlebe, bis die Zeit abläuft! Finde ein gutes Versteck! Und meide den Geist! Du hast keine Hilfsmittel, bis auf dein Smartphone! Hä? Der Unterschied ist, der Geist kann diesmal nicht ansehen, also er kriegt keine Punkte, ne? Ah, okay, das ist gut! Also nicht diese Punkte-Anzeige! Ah, okay, das ist gut! Wird mal C, bitte! Sollen wir das nochmal probieren in der nächsten Folge? Ja komm, lass probieren! Ja, das ist ne gute Idee! Achso, ja, ja, ja! Achso, ja, machen wir! Achso, ja, machen wir! Ja, gut, ne? Geil, geil, geil! Achso, ja! Ja, moin, Somi! Alles klar! Okay, dann, äh, wollen wir mal? In der nächsten Folge! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Oh, 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 oh! Hä? Was ist denn los, Alter? Tobi war's! Okay, dann, äh, tschüss, ne? Ja, tschüss! Tschau! Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020